Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hatte, als die Aktuelle Stunde durch die FDP aufgesetzt wurde, schon den Verdacht, dass die FDP das nutzen würde, über ihre eigenen sozialpolitischen Konzepte zu sprechen, weil sonst spricht ja keiner drüber. Aber dass es so offensichtlich der Fall sein würde, damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich würde gerne mal über das Konzept der SPD reden, weil im ersten Schritt doch mal festzustellen ist, es steht einer Volkspartei gut an, über Grundfragen unserer Gesellschaft nachzudenken. Und es gibt eine ganze Reihe von interessanten Vorschlägen da drin, auch von interessanten Problembeschreibungen, die wir durchaus auch teilen. Dazu gehört beispielsweise die Frage, die uns auch umtreibt. Wie verändert sich eigentlich der Arbeitnehmerbegriff? Wie verändert sich eigentlich der Betriebsbegriff? Das ist eine ganze Reihe von guten Ansätzen darin, über die wir ganz ähnlich auch nachdenken, aber bei denen wir vielleicht zu einer ganzen Reihe von anderen Antworten kommen. Ich finde auch begrüßenswert, dass darüber nachgedacht wird, wenn Arbeit 4.0 jetzt kommt, mehr Flexibilität, wie müssen wir die Menschen da auf den Arbeitsmarkt vorbereiten, wie müssen wir qualifizieren, was sind die geeigneten Instrumente und was sind die geeigneten Mittel und Methoden, um damit umzugehen. Von daher finde ich das zunächst mal einen guten Vorschlag. Ihr könnt ruhig mal eure eigenen Papiere beglatschen, das finde ich schon prima. Ich habe an der einen oder anderen Stelle aber auch Probleme, wo ich denke, da fehlt was. Es gibt drei Begriffe, die kommen in dem Papier der SPD nicht vor. Das Erste ist der Begriff der Gegenfinanzierung. Gut, darüber kann man reden, ob das später noch einmal im parlamentarischen Verfahren erledigt wird. Aber ich habe schon den Eindruck, dass der Kollege Scholz das mit seiner Interviewäußerung relativ schnell erledigt hat und hat gesagt, mir gäbe es nichts, wir haben nichts. Das Zweite ist die Frage der Selbstverantwortung. Da taucht in dem Papier schon der verräterische Satz auf. Der Staat habe eine Bringschuld, was soziale Leistungen angeht. Das sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen anders. Vor meinem inneren Auge taucht da der sozialdemokratische Kassierer auf, der von Haus zu Haus läuft und sagt, es darf heute noch einmal eine Sozialleistung sein. Das ist doch nicht unser Sozialstaatsverständnis, sondern unser Sozialstaatsverständnis ist subsidiär. Ein weiterer Punkt, bei dem ich da so ein bisschen die Probleme habe. Sie wollen den Staat aus der Perspektive derjenigen gestalten, den Sozialstaat, der soziale Leistungen bezieht. Kann man machen. Ich würde gerne mal darüber reden, den Sozialstaat auch aus der Perspektive derjenigen zu gestalten, die die Leistungen finanzieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn das dann die neue Aufgabenteilung in der Fraktion und in der gemeinsamen Koalition sein soll, dass ihr euch um die Leute kümmert, die soziale Leistungen beziehen und wir uns um die Leute kümmern, die soziale Leistungen finanzieren, dann erklärt sich auch das eine oder andere Wahlergebnisse damit. Und da sind natürlich eine ganze Reihe von Dingen auch in dem Papier drin, die offensichtlich unsinnig sind, den Mindestlohn direkt auf 12 Euro zu erheben und viele andere Dinge auch. Ich glaube, da wird man gar nicht drüber reden müssen. Das ist eine Sache, die eher in den Bereich der sozialdemokratischen Folklore gehört als in den Bereich des wirtschaftspolitisch Machbaren. Eine letzte Bemerkung habe ich aber dann schon noch. Mich hat gefreut zu lesen, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, dass Sie sich jetzt entschieden haben, die historische Kommission beizubehalten. Und ich finde das wichtig, dass man auch ab und zu mal in die Geschichte hineinschaut, dass man sich dessen vergewissert, woher man kommt und was früher mal war. Und wenn die historische Kommission Ihnen dabei hilft, einmal zu erklären, wie es vor den Hartz-Gesetzgebungen war, dass es keine Hilfe aus einer Hand gegeben hat, dass es keinen Zugang zu arbeitsmarktpolitischen Leistungen gegeben hat und viele andere Sachen, vielleicht hilft das dann auch, dass Sie mal erkennen, dass Hartz IV eigentlich eine tolle Sache gewesen ist und dass aus unserer Sicht zumindest kein Eindruck besteht, dieses System vollständig zu verabschieden. Herzlichen Dank.